Yo, yo, Leute, was papeln? Ist hier ein bisschen fertig aus. Ich war feiern. Ich war ein bisschen feiern, ein bisschen auf die Piste. Boah, aber ich hab da so coole Leute kennengelernt, muss ich ehrlich sagen. So einen Titten kennengelernt, der so richtig meinte, ey, dieser ganze Club, was ich hier gerade sehe, ist einfach nur Film. Alles fake. Richtig fake. Gesehen und gesehen werden. Und ich hab mich direkt erst mal mit ihnen connected gefühlt, man. Ich hab ihn gefeiert, man, wirklich. Weil dieses ganze Gesehen und gesehen werden, diese ganzen Filme, Bruder. Ich sehe das genauso. Ich war also genau seiner Meinung. Und dann haben wir erst mal gequatscht, richtig gut connected, ey. Richtig geil. Jungs, ich denke, ich feiere nur Mädels zu klären. Ich klär's mal. Ich hab mich nicht geklärt, aber ja. Ey, war geile Gespräche. Ich liebe sowas auf Suff, ne. Wenn man so Deep Talk hat, Alter. Ich liebe das. So Deep Talk Shit. All right, Leute. Ich geh jetzt erst mal zu Paul. Wir arbeiten an ein paar Beats. Und dann schauen wir mal weiter. Ey, ich bin jetzt gerade endlich angekommen. Und was passiert? Ich parke erst mal. Zehn Minuten, Alter. Ey. Oh shit. Wirklich. Ich hasse sowas, ey. Was ich am meisten hasse, ist immer einfach, wenn man so ohne Sinn seine Zeit irgendwie verplempert, ey. Die krieg ich ja nicht mehr wieder zurück, so, weißt du? Scheiße, ey. Hin und her. Hin und her. Da kam ich in die Lücke nicht rein. Da kommen Autos vorbei. Denken ich will raus. Ich dachte so, verpisst euch mal jetzt hier. Ey. Aber ja. Easy peasy. Endlich da. Ich habe gestern einen Song gemacht bis 7 Uhr morgens. Was? Ja. Ich muss sie mal zeigen jetzt. Oh, geil, Digga. Oh, jetzt bin ich. Jetzt bin ich mal Sänger. Oh, jetzt bin ich gespannt, Bruder. So, das ist nicht meinst du, sondern der Flo. Ja. Und er hat zu den Sängerinnen besorgt. Geil. Und dann haben wir gestern uns um 14 Uhr getroffen. Und bis 4 Uhr war sie mit dabei. Wir haben den Song fertig gemacht. Und Flo und ich waren aber noch bis 7 Uhr wach und so. Haben wir gequatscht, noch ein bisschen so. Voll geil, Digga. Aber war überkrass. Boah, das war eine geile Session, Mann, Alter. Das war eine geile Session. Da bin ich so 14 Uhr aufgewacht vorhin und dann zum Sport. Und jetzt bin ich hier so. Und jetzt geht es wieder weiter. Ja, das war ganz schön. Das ist geil, Digga. Das ist geil, das ist geil. Das ist geil, Mann. Oh, wurde schon auf dem Song fertig gemacht, auch. Geil, Alter. Auf diesen geilen Beat, Digga. Ich muss mal reinziehen. Oh, shit. Ich habe es Anke Digga, nee, heute sogar gezeigt. Er meinte, es ist cool. Ja, ich muss mal sagen, Alter, es ist cool. Geil, Mann. So. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt zeigen will, ob ich es jetzt zeigen will, ob ich es jetzt zeigen will. Ich kann mal schauen, oder? Oder meinst du, dass du einen Song drauf machst? Mhm. Ich mach jetzt einen Song drauf. Ja. Ey, du hast jeden Fall verkackt, Ben. Du kannst ja Antisar messen. Das ist zu krass. Das ist ein Geistesbrenn. Das ist ein Geistesbrenn, was wir hier gemacht haben. Oh, krass, aber ich zeig euch hier mit. Später, ich pack den hier rein. Okay, aber wie wir es gesehen haben, ist... Gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020